ja hallo hier in Seeheim zum ersten mal ist hier der Feierabendmarkt immer am zweiten Donnerstag im Monat von 17 bis 20 Uhr die Idee ist dass man sich am Feierabend mal trifft hier bisschen flaniert eine Kleinigkeit isst oder auch trinkt der Jingo aus Niederbärbach ich habe mich bisschen dem Thema Gin verschrieben die Kombination ist mein Vorname Ingo und Gin deshalb heißt meine Firma Jingo ja was aktuelles aus Südafrika kann ich mal zeigen das ist ein sogenannter A2O Gin er hat einen tollen Geschmack nach Salz Grapefruit mit dabei man mischt ihn dann erst Eis ins Glas den tollen Gin dazu dann wird nur noch mit Wasser aufgefüllt es ist hier direkt aus Südafrika ein kleines Beutelchen dabei mit Oryx Salz das kann man auch dazugeben dann verstärkt das den Geschmack und schmeckt sehr gut euch viel Spaß hier auf dem Feierabendmarkt in Seeheim-Jugendheim tschüss das ist auch noch schön glatt aber die gehen natürlich immer in der Fäck Und in zwei Wochen? Nein, in einem Monat. Untertitelung des ZDF, 2020